Musik Also einsteigen, bitte schnell, da vorne ist noch Platz. Los, los. Ja, schon, schon. Bitte, bitte. Ich bin ein Schiff. Schnell, schnell, einsteigen. Wir waren viele Wochen durch den Trenn. Dann kam wir nach einem Arbeitskampf in Österreich. Nach einem kleinen Moment in diesem Kampen haben sie unsere Männer weggebracht. Wir waren glaubten, dass sie in ein paar Tagen zurückkommen sollten. Aber ich habe das Gefühl, dass ich sie verloren habe, vielleicht für immer. Ich bin ein bisschen gelaufen. Ich bin ein bisschen gelaufen. Ich bin ein bisschen gelaufen. Alone, helpless, mit der Baby in Dirty, Ugly, Hungry Camp, amongst strange people, I could not stay. One morning, I ran away. Ich bin ein bisschen gelaufen. Missik. Missik, was will I do? Bitte, bitte mein Herr, bitte. Was ist los, was ist los, was haben Sie denn, warum so absurd? Ich bin ganz allein, mein Kind ist krank, ich suche meinen Mann. Ja, wo ist der Mann denn? Ich weiß nicht, aber ich muss ihn finden. Ja, also, steigen Sie an. Danke, danke schön. So, I came to Germany, in cold terribu Winterfrost. But I must sell my cords, to buy food for us. He came a few realen price. He is scammed back to Europe. Peace came back, and the cracked monuments stand like gravestones over a dead dream of conquest. Out of the deep they cry, those who are left desolate, the refuse of war, those who have neither lost nor won, those who have been torn up by the roots and scattered, the displaced, the new rest, the new rest, the deep ease. Eight million people from Poland, Greece, Yugoslavia, Latvia, from Belgium, Holland, France, Estonia, from the Ukraine, from Lithuania, and Czechoslovakia. Eight million people wandering over the face of Europe, looking for shelter in the camps of UNRWA and the Allied armies, for security in smashed and broken barracks. Eight million people struggling to make themselves understood in a stumbling confusion of all the languages of Europe. And among them was Stephanie, with her sick baby. And among them was Stephanie, with her sick baby. What is it? Oh dear, another one for Dr. Kornick. Now don't worry. Come on. Come on, Zee. Peter, sit down. Peter, in set. Moment. S'il vous plaît, Dr. Kornick. Hein? Un enfant malade. Man, bebatch na fila, tch. Voici la petite. Où sont les parents? Voila la mère. C'est une dobre. C'est maigre. C'est vrai. C'est pas. Évidemment, la fin, le froid, il faut l'amener à l'hôpital. Téléphonez. Immédiatement. Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. All right, dear. Room 61. Have a sleep. You can register tomorrow. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada.